Ich heiße Anja, ich bin Mutter von drei Kindern und ich lebe in Ulsdorf. Eigentlich ausschlaggebend, warum wir jetzt diese Vorhänge bekommen haben, das war ein Kreuzunurlaub. Da haben wir ein kleines Häuschen gehabt und da war die Terrasse eben zum Zumachen. Und als wir dann zu Hause waren, haben wir dann gemeint, das könnten wir doch bei uns auch eigentlich so nachempfinden. Wir sind dann auf die Idee gekommen, dass wir diese Holzsteher, diese Holzkonstruktion vorbauen. Nachdem das alles fertig dann war, haben wir Naturmaß genommen und haben auf Easy2Shade diese Schiene und den Vorhang bestellt. Unsere Freunde und unsere Nachbarn, die haben uns anfangs ein bisschen belächelt. Jetzt sind sie alle sehr überrascht, wie toll das eigentlich ausschaut und wie gelungen das Ganze auch sich dem Haus anfügt. Zum einen, weil es optisch einfach voll der Bringer ist, weil es wirklich cool ausschaut und stylisch ausschaut. Und zum zweiten, weil es auch wirklich praktisch ist. Wie gesagt, die Kinder sind viel im Garten, sie halten sich am Spieleturm auf oder sie sind in der Sandkiste. Und ich möchte sie einfach von drinnen auch immer wieder im Blick halten. Ich denke, dass der Vorhang so circa 50 Prozent Sonneneinstrahlung abrührt. Das reicht für uns. Er ist sehr luftig, er schaut sehr verspielt aus und speziell dann das Schattenspiel, was am Boden dann entsteht, gefällt uns besonders gut. Der größte Vorteil, den der Vorhang mit sich bringt, ist der, dass wir abends heraußen sitzen können. Und es lässt einen Raum entstehen. Also wir haben einfach ein bisschen ein verlängertes Wohnzimmer geschaffen. Wir sind wirklich stolz auf unser Projekt aus zwei Dingen. Zum einen, weil wir es uns anfangs haben nicht vorstellen können, wie das ausschaut. Und zum zweiten, weil es einfach wirklich so super gelungen ist. Und zum zweiten, weil es einfach so super gelungen ist.